So, Tag 2. Gestern war es richtig lang, bis um 24 Uhr noch oben in der Library gearbeitet. Ich bin echt total knülle, heute morgen noch Video geschnitten, online gestellt. Ja, ich weiß auch noch nicht. So viel werden wir heute oben nicht helfen, haben wir schon gestern besprochen, weil wir einfach auch noch auf der Messe ein bisschen was machen wollen und mit ein paar Verlagen auch sprechen. Also gucken wir mal, wie es heute heute ist. Es sieht auf jeden Fall etwas ruhiger aus als gestern. Die Stadt, wer das hier? Ja, wir sehen uns erstehend. Wir sehen uns dann weg. Oh, bei der Hand. Oh, bei der Hand. Unpack diferente. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 So, es ist Sonntag, wir sind jetzt hier beim Abbau und ihr seht schon, die Hallen sind alle leer, also total cool, aber es ist eine Menge zu tun, Tüche, Stühle zusammenbauen und wir sind jetzt hier in der Library, da hinten und ihr seht, die Library ist im Grunde leer. Also wir haben schon die ganzen Spieleengen sortiert und verpackt und machen jetzt den letzten Anschläge und dann gehen wir in die nächste Etage und gucken, wie es da ist. Bis dahin, ciao, euer Timo.